Manchmal braucht es nicht viel und manchmal geht es ganz schnell. Wer aber erst in den Fokus der Medien geraten ist, wird sie meist so einfach nicht wieder los. Das richtige Verhalten gegenüber Medienschaffenden und ein professionelles Auftreten vor Mikrofon und Kamera sind in solchen Situationen entscheidend. Richtig vorzugehen kann ihnen viel Ärger ersparen. Ungeschickte Äusserungen die Reputation ihrer Organisation in Gefahr bringen. Das Medientraining des SVGW und der Communications Experts bereitet sie darauf vor, sich im Ernstfall professionell zu verhalten. Anhand konkreter Szenarien bereiten sie sich auf Fernsehauftritte vor, spielen diese in einer realitätsnahen Studioumgebung durch und analysieren schliesslich ihre eigenen Stärken und Entwicklungspotenziale. Eine schriftliche Dokumentation dient ihnen als Nachschlagewerk und erhalten sie innerhalb von zwölf Monaten nach dem Medientraining eine Medienanfrage, stehen ihnen die Communications Experts für telefonischen Support kostenlos zur Verfügung. Medientrainings bieten heutzutage viele an. Uns unterscheiden, dass sie bei uns mit Profis arbeiten, die jahrelang im Radio und am Fernsehen selber vor Mikrofon und Kamera gestanden sind. Punkt 2. Wir zeigen ihnen nicht nur, was die Reporter gerne von ihnen hätten, sondern auch, wie sie sich wehren können, wenn Journalisten ihnen übel mitspielen. Und wir arbeiten nur noch als Trainer und Berater. Sie können also offen reden mit uns und auch heikle Punkte diskutieren, ohne dass die den Weg auf die Redaktion finden. Also, bis bald!